Und zwar ZZ jetzt! Mann, Mann, Mann! Wow, die sind doch erhabbar! Bewegung! Auf 50 Sekunden muss ich warten! Noch 23 Sekunden! Du kannst nicht zielen, Bersa! Ah, sowohl! Na komm! Noch 5, 4, 3, 2, 1! Let's do it, baby! Ne, ihr bleibt doch schön! Na, wo bleibt er, wo bleibt er? Na? Hatte ich nicht? Mir nach! Wir setzen uns in Bewegung! Litzke, markier die Zielkoordinaten! Ah, jetzt! Jute Nacht! Perfekt! Überhaupt nicht übertrieben, ne? Okay, weiter vorrücken! Und zwar ZZ! Ach, ihr da! Ich sollte eh gleich töten! Wer bitte neue Zielzuweisung! Wo war denn der letzte? Ach, da hinten! Okay! Nun gut, müssen wir da auch hin! Tigergruppe in Bewegung! Tigergruppe in Bewegung! Tigergruppe in Bewegung! Tigergruppe in Bewegung! Feuer frei! Bevor die überhaupt schießen können! Los! So, weiter vorrücken! Das MG muss weg, das MG muss weg Scheiße Die Pionierer hauen ab Einer Und jetzt der Mörser Perfekt, so und jetzt hier beide Oder nicht, ja auch egal, was hat der denn da fallen lassen, Panzerschreck Turmgeschwindigkeitsschub, okay Lade jetzt für zwei Resolven nach Von irgendwoher muss ich beschossen werden So, jetzt zeigt ihr den Untergang, Untergang gewalt Shit, 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 shit Die Fickers muss da weg Ja super, kann ich aber noch nichts mehr auswählen Aufzugposition 213 Schnell, bewegt das Gebäude mit Feuer Ziel mit Sprengladung bekämpfen So, gute Nacht Scharfschütze Ja, einer reicht Zuhören Männer Okay, zurück Marsch Marsch Macht schnell, Bewegung Ja, macht schnell Schade Schade Warum sich den nicht auswählen kann Ist ja auch im Endeffekt egal Ich bin ja eh nicht mehr im Panzer So, der Mörser muss weg Dann zeigt, dass wir die Tommys erledigen Schade, dass ich keine normalen Granaten habe Ja, bevor ihr euch da in Position gestellt habt Seid ihr schon lange tot Sag ich doch So Bewegung, Bewegung, Bewegung Genau, Bewegung, Bewegung, Bewegung Versuch es jetzt gar nicht Tigergruppe, Panzerfaust Ach Ach Feuer verlagern Feuer verlagern Feuer verlagern So, und jetzt das nächste MG Oh, geiler, sieht super ganz aus So Weil es so schön ist Verlagern, wie befohlen unsere Position Macht schnell, Befiebung Macht schnell, Befiebung Macht schnell, Befiebung Das war ein Befehl Na? Die Fekerns muss weg Alter Schwede Was haben wir denn hier? Leichtes Bren Okay Bernd Beeil dich Genau, Bernd Beeil dich Beeil dich Hat denn noch irgendwo einer? Laufen, 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 laufen Weg Wiegergruppe, Sturm Panzerfaust, schnell Ach, jetzt wollen die da ein Stacheldraht hin So wie ich gehört habe Fertigte! Wo ist denn der? So, Kollege, du schmeißt mir da bitte meine Sprengladung rein. Herr Hauptmann, wir erwarten neue Befehle! Und da ist unser Ziel. Geht doch! Wo wollt ihr eigentlich hin? Herr Hauptmann, wir brauchen die Befehle! Oh, komm! Nicht so lange trödeln hier! Gut, da ist ein Mörser. Komm, wir müssen aber noch ausschalten. Es wird Zeit, dass wir die Tunis erledigen! Geht doch! Zuhören Männer! Ah, die haben sich selbst gehalten, cool. Wechseln bei Feindkontakt die Stellung! Da ist noch ein MG. Boah, der dauert immer zu lange! Äh... Männer! Achtung! Schnell! Siegergruppe in Kampfhandlung verwickelt! So, gute Nacht! Ihr braucht gar nicht aufzubauen! Ihr habt eh schon verloren! Ja! Okay, weiter geht's! Da ist eigentlich noch ein Mörser, aber egal! Den lasse ich jetzt einfach da stehen! Ach, das ist noch ein Mörser! Was? Scheiße! Sie haben uns den Weg verschmerkt! Was machen wir jetzt? Na, klasse! Schnauze! Such einen anderen Weg! Okay! Zuhören Männer! Na, klasse! Wir sind schön in der Fallerei getappt! Zuta! Aus! Aaaaaaaaaaah! Was? Erreichen wir neue Befehle? Ladung und auf das Ziel abfeuern! Zuhörer Männer! Mann ausgefallen! Der Wohler hat ein Wohler ausbrechen! Zuhörer Männer! In Bereitschaft! So! Zuhörer Männer! Sechs Uhr markieren! So! Okay! Und gleich heiße Sprinten! 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 Und... Tschüss! Okay! Dann laufen wir erstmal hier hin! Bewegung! 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 Laufen! 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 Rückzug! Bernd! Bernd! Kontaktiere das Hauptquartier! Die Artillerie muss unseren Rückzug sichern! Schnell! Schnell! Ähm... Wo ist denn der... Ach hier war der! Da 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 da! Schnell! wir sind... Jawoll! Giger Gruppe! Zurück zum Hauptquartier! Der Division unseren Status melden! Perfekt! Mission erfüllt! Na bitte, wer sagt's denn? Und die Medaille haben wir auch. So, fortfahren. Die Tormis haben tapfer gekämpft, aber die deutsche Bevölkerung hielt unseren Panzer für unbesiegbar. Wir mussten nach Villa Bocasch zurückkehren, um der dortigen Bevölkerung genau das zu beweisen. Die Europäer Achtung nimmt all euren Mut zusammen. Ja, Herr Kornland, berättet euch auf einen Kontaktwoar. Na bitte, wer sagt's denn? Krass. Okay, weiter geht's. Huch. Das ist zwei Tiger, Tiger und Tiger. Krass. Seit unserer Flucht war die siebte Panzerdivision in der Nähe von Villa Bocasch eingegraben. Wir müssen die Straßen sichern, damit die Panzergrenadiere durchkommen. Vernichtet alle britischen Verteidigungsanlagen entlang dieser Routen. Sobald das erledigt ist, die Ortschaft angreifen und den Grenadieren bei der Sicherung dieser strategisch wichtigen Sektoren helfen. Zeigen wir den Tormis, was das Vaterland von ihnen hält. Zeigen wir den Tormis die Stärke des Tigers. Also. Hauptmann Voss, erhalten wir neue Befehle? Kannen wir machen. Hervorrücken. Die Briten gruppieren sich neu. Excel. Panzer vorwärts. Fehler Bocasch in 20 Minuten sichern. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Da kommt doch irgendwas auf mich zu. Sherman Firefly. Noch was. Da. Hohoho. Sherman Firefly. Und. Bistikowski. Schwerer Panzer, vorrücken. Panzergruppe, hier Hauptmann Voss. Vorstoß gestoppt. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Ach so, ich hab hier noch einen. Mit zur doppelte Kraft umladen. Schwerer Panzer, bei euch neu gruppieren. Jägergruppe, sicherstellen, dass sich der Ort in deutscher Hand befindet. Ach scheiß, auf Infanterie. Die sind nicht wichtig. Die sind wichtig. Schwerer Panzer, schnell. Schwerer Panzer, schnell. Gerecht für den Feuer. Schwerer Panzer, MG-Stellung ausgeschaltet. Panzergrenadier haben Befehle erhalten. Sind auf dem Weg. Okay, weiter vorrücken. Schwerer Panzer, bedingend Bewegung. Ach, hier ist auch noch einer. Schicken zusätzliche Grenadierunterstützung. Oh. Schwerer Panzer, zwei, drei. Wer hat, Seel, bei Dr. Wohinste. Rüstige Grenadierunterstützung. Und er wurde geschaltet. Schwerer Panzer, Rüstige Grenadierunterstützung. Stellung vernichtet. Gute Arbeit, weiter so. Panzergrenadiere sind auf dem Weg, Herr Hauptmann. Die britische Stellungen wurden vernichtet. Wer hat, Führung zur Stärkung an. Hauptquartier hier leer, Panzergruppe. Ermittenunterstützung durch Grenadiere. Die Straßen wurden gesichert, wiederhole. Straßen wurden gesichert. Hauptquartier hat die dritte Kompanie zur Verstärkung entsandt. Alter. Jetzt gehts aber los hier, soo! Weiter vorn Geht auch So, jetzt wird einer da lang und wenn der repariert ist, da lang Deutscher Stahl Achso, der kann ja im Moment nicht Okay, weiter vorn Du Dein und Du Dein Mach schnell Litzke, mach die Munition klar Jaha Okay, weiter vorn Schwerer Panzer, Position bestätigt Anzeige L, wir haben ein Ziel Aaaaaaachtung Aaaaaaachtung Da ist, ähm Puuuuh, übel Wer hat da geschossen? Alter, der haut ja mal richtig rein Deutscher Stahl Anzeige L, wir haben ein Ziel Okay, Vorrücken Dürfen zu Jungs, Positionswechsel vorbereiten in Bewegung Erwarte Befehl Angriff Hallo, kümmere dich um die Reparaturen Wart für Temperaturen? Reparaturen Siehst du, dass der Motor stoff Versuchen, die denn in die Flücken zu fallen Okay, die Flücke weiter vorn Irgendwie, irgendwo werde ich hier mit Arte bei den Beschuss Von wo kommt der Beschuss? Was? Ey, der haut ja mal übelst rein Mittlerer Sektor von Villa Bocasch gerichert Alter, geil So, du da Nein Ach, da ist die, die, die Äh, denn, ähm Ach, wie heißt der nochmal? Priest, genau Wo ist der andere? Klar Da ist nochmal ne Priest Wir haben ein Ziel Hier, Schwerer Panzer, einsatz zurück Kein Feuererlauben ist erteilt Und ein bisschen ZZekki ZZ-Z Oh, stimmt Gute Nacht, Priest Na Hat dein Brot in drei Schüsse? Geht's auch Geht's auch Vorwärts, Pfälzer Wie sieht's mit dem Bissianlicht Klaus Der Motor Ja, schön erobern hier, ne? Da ist noch ein Scharfschütze Da ist noch ein Scharfschütze Ok, weiter vor Motor auf vierundfünfzig PS Motor bestätigt Wir haben ein Ziel für dich Ziel gesichtet Ziel gesichtet Feuer In Bewegung So, ja, hallo, bringen wir euch bei mir Neues Ziel So, da haben wir jetzt erstmal Einen Schirmfeuerfly Und ne Priest Die sind immer gleich Zack, zack, zack Und nochmal Jawoll Wunderbar Und da ist doch ein Crumple-Panzer Verstärkung kommt Jagdbombe im Anflug Verdammt, Bert Vordere Verstärkung an Erbitten Flugabwehrunterstützung Haftkassieren Es wären sich politische Flugzeuge Schicken Sie Verstärkung Flugabwehreinheiten einsatzbereit Alter, was hält der aus? Geht doch Jo Der erstmal reparieren Rektor der Ortschaft Erobert und gesichert Na Hö Prophet Da ist noch ein Priester Alter, da ist der Ach, das ist unasser Tiger hier unser erster was ist denn der A Alter, der haut uns aber alles entgegen was nur so als Artillerie geht krass so, auf die Priest Perfekt oh, du musst jetzt mal weg ok ok канцы ok da 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 Leistung aus Motorrad Ilha schnell macht die Sehschätze, ich kümmere euch da an Feuer nach eigenem ermessen we sind知 одного Perfekt Ich melde, dass Villa Bocasch gesichert wurde. Es gehört jetzt dem Vaterland. Ich wiederhole. Villa Bocasch ist gesichert. An diesem Tag sah ich das Innere eines Tigerpanzers und auch Schulz zum letzten Mal. Er übernahm das Kommando der 502-Tigergruppe. Und am 9. August 1944 opferte er sich und fiel im Kampf gegen die Hebel Company. Was unserer Division die Flucht aus der Normandie ermöglichte. Im September reichten wir Holland. Ich übernahm als Generalmajor das Kommando über die Leer-Panzerdivision. Alles schien so offensichtlich und notwendig zu sein. Aber letztendlich hatte das Oberkommando das Ziel aus den Augen verloren und das Vaterland mit in den Abgrund gerissen. Gretz-Verdienstkreuz. Erste Klasse verliehen. Wunderbar. Weil wir Villa Bocasch innerhalb von 20 Minuten gesichert haben. Mission erfüllt. Sehr schön. Jawohl. Und fortfahren. Glückwunsch für das erfolgreiche Beenden der Kampagne Tigerhals wird Ihnen der folgende Ordnung verliehen. Ritterkreuz mit Eichenlau. Wuhahaha. Gut, fortfahren. Glückwunsch für das erfolgreiche Beenden der Kampagne Tigerhals wird Ihnen der folgende Ordnung verliehen. Tiger 205. Wunderbar. Ja, liebe Freunde, das war die zweite Mini-Mission von Company of Heroes Tigerhals. Mir hat es auch sehr gut gefallen und was ich nur sehr, sehr komisch fand, dass ich meinen Panzer am Anfang nicht reparieren konnte. Warum? Wieso? Weshalb? Weiß ich nicht. So, ich werde diese Videos jetzt erstmal speisern und dann direkt hochladen. Und ja, mal gucken. Vielleicht werde ich heute noch ein bisschen Fable aufnehmen, weil ich habe ja heute extra das Spiel mitgenommen, damit ich auch aufnehmen kann. Und ja, ansonsten sehen wir uns bald wieder. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir haben heute Sonntagmorgen 0.48 Uhr und ja, egal. Macht was draus. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.